Der Hauptstandort ist das Hasli. Wir haben hier unsere Schwinghalle und es gibt ihnen schon bald 100 Jahre. Ich weiss, dass es vielleicht 30 bis 40 aktive Schwinger sind und knapp 100 Junge. Als Aktiver gibt man Hilfe bei den Trainings bei den Kleinen und so gibt man auch diesen kleinen Schritt für Schritt immer etwas zurück, wie auch wir das so gelernt haben. Wir sind letztes Jahr der stärkste Klub in der Schweiz. Allgemein haben wir insgesamt 35 Kränze geholt. Dafür hat es ein spezielles Fest gegeben.